Hallo Indie-Menschen, ich bin Germald und ich fliege noch so ein bisschen hier ab und an, aber das soll uns jetzt nicht stören. Ich bin gerade aus Hannover angereist und ich habe ein paar Songs mitgebracht für euch und die super fahrende Braunschweig-Band ist natürlich super spontan und ihr spielt euch alle mit, umgeprobt, ne? Aber das verraten wir eigentlich. Naja, genau, ich habe ein paar Lieder mitgebracht und erzähle nachher auch gerne mal was von einem Bauernhof, den ich unterstütze, ein veganer Bauernhof an der Nordseeküste. Da kann man zum Beispiel Tierpatenschachten unternehmen, da kann man Kuh-Patentante oder Hohen-Patentante oder Onkel werden, das sind ganz spannende Sachen. So kann man auch mal eine gute Sache unterstützen, aber dazu später mehr. Jetzt ein Song von der Welt Berge, 10.000 Tränen. Gut, hast du mit mir? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.